Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch einen Trick zeigen, wie ihr die Quadratzahlen der Zahlen von 50 bis 59 ganz leicht per Kopf ausrechnen könnt. Also schauen wir uns zunächst erstmal die letzte Ziffer an und bilden davon jeweils das Quadrat. 0 mal 0 sind 0, 1 mal 1 sind 1, 2 mal 2 sind 4, 3 mal 3 sind 9, 4 mal 4 sind 16, 5 mal 5 sind 25, 6 mal 6 sind 36, dann folgt die 49, die 64 und die 81. Damit das jeweils gleich viele Stellen hat, füllen wir hier mit Nullen auf. Und jetzt wissen wir ja, 5 mal 5 sind 25 und jetzt zählen wir einfach hoch 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 und 34. Und schon sind wir fertig und haben die Quadratzahlen der Zahlen 50 bis 59 im Kopf berechnet.